Die Personendaten findest du in deiner Projektmaske unter dem Menüpunkt Legitimation. Klicke anschließend auf den grünen Button Neue Person hinzufügen und fülle die entsprechenden Personendaten aus. Lade zusätzlich eine Ausweiskopie der Person über das gekennzeichnete Importfeld hoch. Wenn alle Angaben komplett sind, klicke auf Speichern. Du kannst die erfassten Daten jederzeit ändern, indem du auf den Namen der Person klickst und anschließend auf den grünen Button Bearbeiten unten rechts klickst.